Hier zum Beispiel. Eine wundervolle Position. Wahrscheinlich wären die Püsse gewesen, wenn wir die Manditen ermordet hätten. Wir müssen unsere Posten erstmal sichern. Nur für den Fall, dass die Manditen niemals dagegen uns reisen. So. Wie werden wir die Unhebenheit hier überwinden? Wie ist er denn ernst? Es scheint, dass wir kreativ werden müssen. Wie ist er denn? Da sind wir ganz schlecht drin. Ah. Okay. 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 Alles gut. Alles im Griff. Warum ist hier keine Mauernverwaltung? Das kostet zwar etwa viermal so viele Steine, wie es eigentlich sollte. Aber so ist das halt mit Baustellen. Das hier wird günstiger. Mal ein Vielfaches. Oh. Ach, wie geht's hier das Dorf? Wir haben keine direkte Straßenanbindung. Ah, ist aber schon in Ordnung. Gut, was hier noch fehlt, ist der Ausbau der Burg. Hier ist noch nicht gesichert. So. Gab es noch weitere Schafe? Offensichtlich haben wir einen kleinen Wollmangel entwickelt. Hier gibt es noch mehr weitere Kühe. Bevor wir zu weit expandieren, möchte ich sicherstellen, dass wir in der Lage sind, unser Gelände zu halten. Mauern haben die Angewohnheit, da recht hilfreich zu sein. Ein. Jawohl, alles klar. Wie ihr wünscht. Hm, mehr Steine. Ein. Wir können uns von hier aus noch ein bisschen Eisen holen. Das Zeug werden wir brauchen. Dieses Gebiet hat noch mehr Kühe. Das geht von mir aus in Ordnung. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wo kann man das Gebiet hier befestigen? Nirgendwo wirklich. Hier gibt es keine Clip, die wir im größten Teil nutzen können. Hier gibt es ein bisschen was. Wenn wir dieses Gebiet verlieren, ist jetzt kein großer Verlust. Hat nichts von Relevanz. Also müssen wir es nicht befestigen. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ah, der Nächster. So. Und jetzt sind wir noch eine weißere Kuhfarme hin. Und jetzt sind wir noch eine weißere Kuhfarme hin. Wärtsgelindse hier noch nutzen? Weil hier noch... ... so ein Fetzen von fruchtbarem Boden ist? Nein. Hier ist noch Möglichkeit. Das ist gut zu wissen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auszusehen zu stark expandieren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auszusehen zu stark expandieren. Wir müssen aufpassen. Wie wir auszusehen, das Spiel gewinnen. Das wünscht ja niemand. Geht mal davon aus, dass der Helz. Ein Steinbruch ist. Einem Steinbruch fehlt es an Stein. Der Steinbruch wird noch verschoben werden. Wir haben noch eine Eisenbruch in die Led zu räumen. Hier haben wir noch Steine, die wir ziehen können. Dann setzen wir die hier hin. Hier können wir noch Getreide herziehen, wenn wir müssten, was nicht wirklich der Fall ist. Die einzigen beiden armen Hütten sind die Apotheken. Und die Burg kann ausgebaut werden. Auf euren Buffet. Hier gibt es mehr Schafe. Irgendwann will ich das Gelände haben. Wir nehmen erst einmal alles. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht solltest du mir mal herausfinden, wie man aufhören kann, sich friedlich mit den Leuten hier zu engagieren. Ich verdiene einen neuen Titel. Ihr wollt mich doch auch weiterhin an eurer Seite wissen, oder? Ja, wir kriegen gleich nochmal Schafe. Hier gibt es noch die letzte Möglichkeit. Weiter Schaffarmen. Innerhalb unserer Stadt mauern, denke ich. Ansonsten, hier, wenn die Schafe interessiert in Salzwasser sind, von mir aus. Einem Schafhütten fehlt es an Schafen. So, die Eroberung hiervon haben wir noch nicht. Aufzugeben, hier gibt es noch mehr Schafe. Oh, was ist hier? Eine Holzverschädigungssache. Alles klar. Oh nein, das ist Kleingeld. Oh, wie lieb. Haben wir übersehen. Alles klar. Auf euren Befehl. So, ich möchte auch nicht, dass wir unsere Territorien verlieren können. Wir haben ein Territorium eingenommen. Das ist blöd. Einen Schafhirten fehlt es an Schafen. Okay, das ist von mir. Was? Ich bin sicher, ihr habt einen Titel zu vergeben. Habe ich recht? Das ist nicht erreichbar. Von mir aus. Auch wenn das hier sehr komisch aussieht. Hier, so. Tut mir überall die Katapulte drauf. Nur für den Fall, dass irgendjemand auf die Idee kommt, im Besitz eigener Katapulte zu sein. Unsere ganzen relevanten Befestigungsanlagen möchte ich maximals befestigt wissen. Und jetzt, wo du den Aufzug gegeben hast, kannst du hier zurückziehen. Wir kriegen noch mehr Kühe. Und noch mehr Schafe. Wir könnten dieses Gelände hier benutzen. Oder schauen, ob wir den fruchtbaren Boden hier missbrauchen. Hier haben wir leider eine gewisse Verschwendung durchgeführt. Das haben wir noch nicht leer gemacht. Also, macht den da. Mit meinem neuen Titel werde ich euch loyal dienen. Dien mal loyal. Das ist so nett. Oh. Ah, nee. Ich dachte, die reagieren jetzt irgendwie auf uns. Weil die hier kurz aufgedeckt waren. Aber es war nur, weil der Typ da durchgelatscht ist. Das ist ihnen so egal, was wir hier treiben. Mehr Schwertkämpfer als Schützen. Ei. Na gut, opfern wir hier noch ein bisschen Holz. für eine weitere Schafe haben. So. Und die letzte Kuhfarm. Wir könnten hier alles einstampfen. Oder. Irgendwo haben wir schon noch Platz für ein einziges. Rindergehege, Kuhgehege. Kuhstall. Okay, jetzt sollen die Kühe Salzwasser trinken. Von mir aus. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Ja, dieser Holzfäller hat ausgedient. Wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, hatte er das schon vor langer Zeit. Unsere Versorgung mit Stand ist aktuell aber sehr holprig. Wie ist das Lagerhaus jetzt? Wir haben einen gewissen Überschuss an Kräutern. Verscherbelt sie. Kerzenmacher. Der Zimmermann kann dann nach hier hin. Der Tischler. Gibt es irgendwo entwandern irgendwas? Sieht nicht wirklich danach aus. Wir können ein weiteres Kä... Wir haben zu wenig Getreide. Das wird das regeln. Wir können einen zweiten Käser bauen. Wir können eine weitere Taverne bauen, würde ich sagen. Ich bin gerade so ein Räucherer. Das Lagerhaus ist toll. Ein weiterer Besenmacher, auf jeden Fall. So, der Käser kann dann so quer da reingesetzt werden. Und dann bitte was? Und dann bitte wie? Und dann bitte wo? Können wir vielleicht in den Krieg von Zorn treten, indem wir euch einfach besuchen kommen? Mit mehr Leuten, als wir angekündigt haben. Das Lagerhaus ist voll. Auf euren Befehl. Party. So, wie ich gerade sagen wollte. Ja, hier. Und ein Räucherer können wir so aufstellen. Wir werden noch ein bisschen über Kleidung brauchen. Das heißt, ich würde sagen, ein zweiter Weber kann nicht schaden. Und das ist, ich war mir gut. Oh, bitte. Vielen Dank.